Herzlich Willkommen! Ich stelle euch heute eine kleine Übung für die Beinmuskulatur vor. Wenn ihr zu Hause eine kleine Erhöhung wie einen Tisch, einen Stuhl oder einen Sofa habt, begebt euch da mal in die Nähe, stellt ein Bein nach vorne und das hintere Bein einfach über den Spann ganz entspannt auf dem Sofa ablegen. Das Gewicht solltet jetzt ca. 80% jetzt wirklich auf das vordere Bein bringen. Oberkörper schön stolz nehmen, Brustkorb raus, Schulterblätter hinten zusammen und dann beugen wir uns hinten über das Bein ein, Druck über das vordere Bein, Ferse bleibt am Boden und schieben uns wieder nach oben. Das Knie sollte möglichst gerade bleiben, ob das nach vorne, nach hinten schiebt, ist völlig egal. Wichtig ist, dass es erstmal gerade bleibt. Ist euch das Ganze zu schwer, nehmt ihr das hintere Bein einfach weg vom Sofa, stellt es klassisch auf den Boden ab in den Ausfallschritt und arbeitet euch hier hoch und tief. Auch das ist eine Möglichkeit. Euch ist das Ganze zu einfach, ihr sagt, ich bin gut trainiert und brauche heute ein bisschen mehr. Nimm das Bein wieder nach oben, Fuß vorne wieder belasten, wieder stolz im Oberkörper. Geh tief, halte dich kurz, drück dich in den kleinen Sprung raus. Geh tief, halte dich kurz, drück dich in den kleinen Sprung raus. Hab und wieder rausdrücken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.